Willkommen zum nächsten Video. Willkommen hier im Rahmen der Paragrafenkette bei dem Thema der steuerlichen Überleitungsrechnung, Paragraf 60 Absatz 2 ESTDV. Wir hatten in dieser Paragrafenkette, wo es eigentlich um die simple Anschaffung einer Maschine ging, unheimlich viele Paragrafen kennengelernt. Aus dem HGB, aus dem ESTG, aus dem BMF schreiben hier Textziffer 8 beispielsweise, aus ESTR. Und weiter geht es hier. Sogar aus der ESTDV müssen wir hier uns bemühen. Nämlich, was ist denn, wenn gar keine Steuerbilanz erstellt wird? Und man muss keine Steuerbilanz erstellen. Lies mal nach in Paragraf 60 ESTDV. Wenn man nämlich keine Steuerbilanz erstellt, muss man zumindest aber doch die Überleitungsrechnung darstellen. Denn richtig ist ja auch, der Sinn einer Steuerbilanz ist es doch, irgendwie eine Bemessungsgrundlage für die Steuern zu machen. So, nun ist aber der steuerrechtliche Jahresüberschuss nicht Bemessungsgrundlage für alle Steuern. Im Gegenteil, ich würde sogar sagen, für keine einzige Steuer. Weil jede Steuer dann noch rangeht, die Körperschaftsteuer macht dann nochmal gewisse Korrekturen außer bilanzieller Art. Die Gewerbesteuer auch und hat dann auch noch Paragraf 8, Paragraf 9 Gewerbesteuer gesetzt. Blabla. Also, trotzdem ist der Sinn, der einzige Sinn der Steuerbilanz, doch den steuerrechtlichen Jahresüberschuss zu berechnen. So würde ich das ausdrücken. So, und das kann aber auch eine Überleitungsrechnung, die viel leichter ist, die viel schneller geht. Und fluppdiwupp haben wir hier dann den steuerrechtlichen Jahresüberschuss. So, jetzt geht's auf. Pass auf. Jetzt pass mal auf. Denn wir hatten ja hier keine Teilwertabschreibung. Die planmäßigen Abschreibungen, Schrägstrich AFA, waren identisch. Die außerplanmäßigen Abschreibungen, Schrägstrich Teilwertabschreibung, waren nicht identisch. Steuerrechtlich wird nichts außerplanmäßig abgeschrieben. Besser ausgedruckt, es wird keine Teilwertabschreibung gebildet. Handelsrechtlich schon. In Höhe von, wie war das denn? In Höhe von, jetzt müssen wir mal hier gucken. In Höhe von dem, was wir dort außerplanmäßig abgeschrieben hatten. Ich glaube 34.450 oder so. So, Stichwort Überleitungsrechnung, Paragraf 60 Absatz 2 ESTDV. Heißt also, genau, 34.450 Euro. Jetzt guck mal hier hin. So, handelsrechtlich, bam. 34.450 Euro nach unten. Wegen der außerplanmäßigen Abschreibung. Der Jahresüberschuss handelsrechtlich sinkt um 34.450. Der steuerrechtliche Jahresüberschuss sinkt in diesem Ausmaß nicht, weil eine Teilwertabschreibung ja nicht erlaubt ist. Also bleibt er dort. Aber der handelsrechtliche Waage sunken. So, und wenn wir jetzt vom handelsrechtlichen ausgehen und zum steuerrechtlichen hinkommen müssen, dann gehen wir nach oben. Dann gehen wir nach oben. Und deshalb ist hier die Antwort Korrektur nach oben. Korrektur nach oben plus 34.450, sonst hätte ich ein Minus geschrieben. Das heißt, eine Korrektur nach oben, eine Hinzurechnung findet hier statt. Eine Hinzurechnung. So, und der handelsrechtliche Jahresüberschuss wird trotzdem nicht geändert. Es wird einfach eine Hinzurechnung gemacht, um dann zum steuerrechtlich richtigen Jahresüberschuss zu kommen. So sieht es aus. So, nur so und nicht anders. Viel Spaß beim Lernen. So, und dann gehen wir nach oben.